hallo herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger und ich hoffe es geht euch gut erstmal frohes neues jahr hier auf dem kanal tatsächlich auch mal wieder ein video und heute eine kleine kleine real life story die mir gestern passiert ist erstmal ja ihr habt es vielleicht schon mitbekommen ich bin gehackt worden das ganze schon vor zwei jahren es kursieren auch momentan im internet da irgendwelche videos wo irgendwelche leute irgendwas behaupten so was ich ziemlich krass finde erst mal vorab vor zwei jahren wurden einige youtuber geht mit fabian siegesmund a crime meine wenigkeit und ein paar weitere und wir haben strafanzeige gestellt das ganze ist bis zur kripo vorgedrungen also ich hatte mit einem kriminalkommissar auch da ein bisschen mehr kontakt und wir haben den dem kommissar sogar den hacker quasi die handy dummer vom hacker bekannt gegeben komischerweise ist da irgendwie nie was passiert und jetzt ihr habt das vielleicht mitgekriegt beim großen oder beim aktuellen polit league der ja rausgekommen ist letzte woche donnerstag wurden auch meine daten erneut veröffentlicht und innerhalb von ein paar tagen hatten sie den kaum sind die politiker betroffene geht das ganz schnell gab es auch irgendwelche interviews fabian siegesmund war im fernsehen die welt zeit hat bei mir angefragt und 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 ja erst mal was ist von mir online liebe freunde alles was von meinem leben je irgendwie in schriftform war ist online von meinem abschluss zeugnis bis hin zu meinen ausbildungs zeugnissen bis hin zu meinen qualifikationen lebenslauf teilweise arbeitsverträge meine fahrzeug identifikations nummer meine steuernummer mein personalausweis mein reisepass meine bankdaten meine handynummer meine adresse also wirklich alles von mir ist online gut das war ja schon vor zwei jahren so und ich habe mich damit eigentlich so ein bisschen ich will nicht sagen abgefunden aber es war eigentlich so jetzt mittlerweile ruhig ist ich sag mal gras drüber gewachsen ja gut bis der typ sich gedacht hat ich veröffentliche auch noch mal die daten vom krieger und seitdem steht mein handy eigentlich nicht wirklich still ist es immer noch die gleiche nummer ich kann auch gerne erzählen warum ich die noch habe hat nämlich ein paar mehrere gründe die nicht mal so eben zu verachten ich frau hier übrigens die ganze zeit den hund sind so ein paar mehr gründe so erster erster grund beispielsweise ist mein opa mein opa ist 84 jahre alt und mein opa kennt meine handynummer auswendig und jetzt den menschen noch mal eine neue handynummer beizubringen ich weiß wenn mein opa irgendwo eine auto partner haben sollte der kann meine nummer auswendig weil ich die schon so lange habe und dem jetzt irgendwie eine neue handynummer beizubringen oder dem zettel mitzugeben den würde er vergessen und ich möchte einen menschen der 84 jahre alt ist nicht dass wie soll ich sagen noch zusätzlich zumuten hinzu kommt dass ich sehr viele kontakte habe noch von der aida zeit noch aus der personenschutzzeit noch aus anderen zeiten oder aus anderen bereichen die meine nummer haben und irgendwann rufen die leute noch mal an zum beispiel jetzt vor kurzem hat mich dirty harry angerufen mit dem ich damals auf youtube kontakt hatte und meinte hey ich wollte mal gucken ob die nummer überhaupt noch aktuell ist und wie geht es dir und so und das ist einfach schön wenn wenn solche leute wieder wieder ins leben kommen und alleine dafür möchte ich auch meine nummer nicht ändern sage ich ganz ehrlich so hinzu kommt jetzt auch noch diese ganzen authentifikatoren google ach was weiß ich keine ahnung ich habe da insgesamt über 90 90 sicherungen jetzt mittlerweile hatte ich vorher nicht gebe ich offen und ehrlich zu hatte ich nicht ja gut ne und ich habe aber ehrlich gesagt wer will mir was böses sage ich euch mal ganz ehrlich gut dass mir leute was böses wollen hat sich in letzter zeit ein bisschen geändert dadurch dass meine handy nummer online ist gibt es alle möglichen anrufe es ruft einer an hey ich bin der max ich hätte gerne moritz gesprochen haha dann kommen hier diese diese telefon verarsche nummern von was weiß ich keine ahnung pizzeria napoli ihre pizza kommt was später bis hin zu was weiß ich keine ahnung allen möglichen scheiß alles schon gesperrt alles schon blockiert alles easy dann gibt es aber noch irgendwelche leute die mich teilweise sogar noch nicht mal mit unterdrückter nummer anrufen und einfach sagen ja 1 uhr 30 ich bin im stream und ne da gehe ich dann auch gemütlich mal dran sondern kommt ja schönen guten tag ja bitte ja wer ist denn da ja wer willst namen ja ich wollte meinen onkel sprechen so das ist ja noch alles ganz okay ganz witzig haha ja wenn ihr bock drauf haben 40 jahre alten sack anzurufen kann ich sich ändern wenn das euer hobby ist gut aber was ich was ich krass finde und da hört bei mir auch so ein bisschen der spaß auf das ist ja ziemlich krass gewesen und zwar ich weiß nicht ob ihr den streamer ranzratte kennt ranz hatte ein ziemlich lieber kollege der auf twitch ordentlich erfolgreich streamt und der hat in der vorweihnachtszeit hat es bei dem an der tür geklopft der wurde nicht gehackt nur mal so nebenbei da ist bei dem gemütlich an der tür geklopft er hat die tür aufgemacht da standen drei typen die haben die tür aufgemacht die sind dann eingedrungen in seine wohnung haben ihn zusammengeschlagen das auf dem kopf zerdeppert haben sein handy geklaut und haben sich verpisst bonjourno so und ich habe am donnerstag wie der wie der letzte woche donnerstag ist das glaube ich veröffentlicht worden der ganze scheiß an einem tag 180 anrufe bekommen unter anderem auch anrufe herr krieger wir wissen jetzt wo du wohnst wir kommen mal vorbei wir sagen dir mal hallo wir grüßen nicht mal unseren scheiß unter anderem auch anrufe wo leute sagen sie wollen mich abstechen sie warten vor meinem haus oder sie kommen einfach mal vorbei und mir auf die fresse zu hauen wie bei ranz hatte jetzt kommen natürlich viele und sagen ach das sind alles nur kinder okay es muss aber nur ein dummer idiot ein spaß die dabei sein und sagen wir mal ganz ehrlich es gibt eine menge spaß die ist auf youtube grüße gehen raus an die bastarde so der großteil ist eh schon hier in den kommentaren lockiert aber nichtsdestotrotz jetzt kommen wir zur story ich habe seitdem muss ich ehrlich sagen so ein paar also ich hatte ja nie den besten schlafrhythmus also es war nie irgendwie so dass ich der derjenige bin der jeden tag um sieben morgens aufsteht und der arbeit nachkommt sondern ich stehe halt dann auf wann es mir irgendwie gepasst hat und ich hatte auch bis dato einen sehr tiefen schlaf das hat sich mit der aktion ein bisschen geändert also ich habe einen sehr sehr leichten und seichten schlaf und auf jeden fall ich habe gestern gestreamt bis fünf uhr morgens irgendwie ich wollte ein schon viel früher ins bett gehen aber irgendwie hatte ich noch nicht so die 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 gewisse müdigkeit so diese bettschwere ja und auf jeden fall bin ich ins bett gegangen habe mir eine folge wikings angeschaut und habe gedacht so jetzt stürmerst du ganz gemütlich ein dem war aber nicht so ich konnte nicht pennen ich hing im bett hat mich herum gedreht als mögliche ich höre auch gerne mal drei fragezeichen zum einschlafen und normalerweise ist schon das intro gerade mal vorbei liegt der krieger und holzt mal schön die bäume ab ja nix mich herumgedreht herumgedreht und irgendwie konnte ich nicht noch mal aufgestanden noch mal irgendwie ein bisschen was auf youtube geschaut und dann wieder ins bett halb neun hey ich konnte pennen so jetzt hat meine partnerin meine freundin hat ein paket bestellt von hermes und da gab es auch noch irgendwie ein paar probleme und auf jeden fall das war die letzte lieferung so die hermes tätigen wollte und halb zehn ist klingelt ding dong ding dong ich werde wach davon so halb schlafen nein und denkt mir ach scheiße der fucking hermes boote mann hast jetzt gar keinen bock drauf aber dann kam so der gedanke wenn jetzt wenn jetzt die tür nicht auf machst ist der typ weg und du christian anpfiff also aus dem bett gewatschelt an die gegensprechanlage schönen guten tag und habe eigentlich so ein fröhliches erwartet war es aber nicht gegensprechanlage ja bitte polizei machen sie mal bitte auf bitte die polizei machen sie mal bitte auf ja moment aufgedrückt ich hinde an boxer shorts schön im gammelshirt womit du in hermes boten auch gebührend empfangen kannst eigentlich aber nicht die polizei ich also schnell zack war drüber gezogen t shirt an vernünftiges so und ich will gerade so die tür aufmachen da ich mir denke ich mir so ich gucke mal durch den spion ich gucke durch diesen kleinen tür spion und sehe zwei typen und das waren keine polizisten also keine uniform an oder ähnliches und ich denke mir ranzratte da kommen jetzt ein paar typen um die hier auf die fresse zu holen was ist denn wenn das wirklich die polizei ist der eine typ zwei meter fünf groß ich bin zwei meter eins habe ich gedacht das kann knackig werden der geht so ein paar die so ja wo 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 ist denn der jetzt hier irgendwie sagten die im haus flur hörst du ja auch der eine geht so ein paar stufen hoch der anderen paar stufen runter ich mache die tür auf ich so dürfte ich mal bitte den ausweis sehen der eine kommt runter zeigt so so ganz grob so sein seinen ausweis und ich muss euch ganz ehrlich sagen ich habe lange kein polizeiausweis mehr gesehen und das war in so einem kleinen leder etui und ich dachte mir okay alles klar dankeschön so dann stehen die bei mir vor der tür ja herr krieger so ja ihr dürft ihr mal reinkommen ist glaube ich besser so ja dann geht der eine typ an mir vorbei und in dem moment ging wirklich so also wirklich so ein so ein adrenalinschub von oben bis unten wo ich mir wirklich gedacht habe was ist wenn das irgendwie nur so ein scheiß also ohne scheiß das klingt wie wahnvorstellung oder so aber was ist wenn das irgendwie nur so ein ausgedruckter ausweis ist hast du ihn überhaupt richtig angeschaut was ist wenn jetzt einfach du machst jetzt gleich die tür zu und dann wollen die dich zusammen klatschen und das war ohne scheiß das war so ein richtiges ich weiß nicht wie man es beschreiben soll so eine richtige notsituation in der ich dann in dem moment war ich war wirklich auf einmal innerhalb von einer sekunde angespannt das kam mir wirklich so wie in zeitlupe vor dann ging der erste an mir vorbei dann kam der zweite und das war der große der 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 große brocken sage ich mal und ich dachte mir ja das könnte spaßig werden hier mit dem der ist ein kopf größer als du natürlich auch noch eine dicke fette jacke an bonjourno so und ich so darf ich noch mal ihren ausweis sehen so der eine typ hielt den auch heute den ausweis raus ich nahm den so und das war ohne scheiß das kannst du dir auch selber kannst du so ein ding ausdrucken und dann holt der andere sein ausweis raus habe ich die waffe gesehen und in dem moment ich sage es euch ganz ehrlich ist wirklich so eine richtige last von mir gefallen weil ich in dem moment wusste hey als da das wirklich die polizei und wirklich so so erst mal durchatmen und ich so tut mir leid und er so was ist denn los gar keine angst haben bis hier mit dem mit dem politen liegt da wir sind vom wir sind vom staatsschutz und wir wollen ein paar ein paar sicherheitsmaßnahmen mit ihnen durchgehen ist ja gut als da so und dann war erst mal so der moment wo ich wirklich runter gekommen bin ich bin damit den hier ins wohnzimmer habt ihr mir zu trinken angeboten aber das war in dem moment wirklich so eine situation ich glaube das kann man sich gar nicht vorstellen ich glaube das kann man sich so gar nicht vorstellen was das so eine menschen ausdrückt so diese ganze dieser dieser psychoterror schon in einer gewissen art und weise wie weit das gekommen ist also gut das wäre auf jeden fall sportlich geworden wenn das jetzt nicht die polizei gewesen wäre aber ich sage ich ganz ehrlich ich war bereit so aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ist es eigentlich schon krass wie weit das gegangen ist habe jetzt hier von denen hier so ein so ein wisch bekommen hier it bedrohungslage gelb und es wurden dann auch maßnahmen zur zur bereinigung sind wir durchgegangen und das ganze ich darf auch nicht alles sagen was gemacht worden ist auf jeden fall habe ich dann halt auch mit denen gesprochen was von mir als veröffentlicht worden ist und pipapo die sachen zu löschen ist wahrscheinlich unmöglich also wie gesagt sollte es einer von euch da draußen schaffen lieben gerne strafanzeige ist gestellt und alles und ich glaube dass das wird für den hacker der gefasst worden ist wie gesagt werden von dem die handy nummer vor zwei jahren hätte da die kripo ein bisschen besser auf uns gehört aber wir waren ja nur dumme youtuber hätte die kripo da ein bisschen mehr auf uns gehört glaube ich wäre da gar nichts passiert mit den politikern und jetzt im nachhinein und genauso ist halt auch das problem ich habe denen halt gesagt dass ich halt morddrohungen bekommen etc ich habe denen auch nachrichten gezeigt etc und den ganzen scheiß und es ist halt leider in deutschland so es muss immer erst mal was passieren was eigentlich schon ziemlich krass ist und ich kann euch nur sagen das ist keine angenehme situation gut die situation ist jetzt so ich kann sich ändern ich werde auch nicht ändern ich werde jetzt bald schön gemütlich in ägypten urlaub machen mit abonnenten zusammen also wenn ihr mir ihr braucht mich hier aufs maul hauen ihr könnt dafür in tausender bezahlen dann kriegt ihr noch einen tauschein und dann können wir ganz gemütlich in ägypten zusammen tauchen gehen und da habt ihr sieben tage zeit mich zu erleben da braucht er nicht anrufen und so also findet ihr mich sieben tage lang in ägypten machen wir zusammen urlaub wenn ihr dazu infos haben wollt kommt in den stream und dann können wir darüber ein bisschen quatschen ja das war meine kleine real life story von gestern und mein erstes video in diesem jahr glaubt nicht den ganzen scheiß was irgendwelche anderen leute euch im netz erzählen was da irgendwie wo vorgefallen ist es gibt halt viele leute die sich damit brüsten ich hatte vorgestern hatte ich einen stream der ist schon 20 jahre linux admin der weiß wovon er redet also definitiv habe ich waren meine meine sachen nicht sicher genug gar brauchen wir nicht drüber reden und man lernt halt dadurch auch aber ja es ist jetzt passiert so in diesem sinne ich bin raus gut schuss bis zum nächsten mal euer komana tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020